Hey liebe Leute und willkommen zu einem neuen Case Opening. Dieses Mal dabei ist der Luca. Hallo. Und ich habe ein paar Cases. Einmal hier eine CSGO Waffenkiste, besser gesagt dreimal. Dann habe ich eine CSGO Waffenkiste 2. Da habe ich glaube ich 10. Dann habe ich hier noch 15 Operation Reingards, von denen ich aber nur 10 öffne, weil mir das Geld ausgegangen ist. Und ja, ich fange mal mit den Vangards an. Mal gucken, was sind da alles drin? Eine AK Waisland Rebellia? Gut, brauche ich nicht mehr, habe ich schon. Aber ich habe einen Five Seven Skin für dich. So, ich brauche erstmal hier Data. Luca, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Mal gucken, ob irgendwas Gutes rauskommt. Ich habe eine Autosniper. Oh, scheiße. Okay. Ich hoffe für dich, dass du diese Waffe nicht spielen wirst. Oh, so viele Lille. Oh, ich habe eine abgesägte Schrotflinte. Die habe ich auch mal gespielt. Naja, so eine AK wäre doch nicht schlecht, oder? Oder doch. Oder eine M4A1 Silent Basilisk. Wie wäre es denn damit? So, Behälter öffnen. Oder vielleicht so ein seltener Spezialgegenstand. Also, ich habe, ich kann dir mal erzählen, ich habe dem letzten, äh, eine Case geöffnet. Und da kam die AK Jaguar raus. Das war der aller allererste Skin. Äh, mein aller allererster roter Skin, den ich überhaupt aus der Kiste gezogen habe. Und jetzt fehlt nur noch ein Knife oder so ein Stück. Aber dann, oh, da waren gerade beide rote. Du Arschloch. Du Arschloch, Alter. Oh, ich hasse. Warum öffne ich eigentlich überhaupt noch Kisten, Alter? Ja, ja, das ist Juli-Logik. Oh, cool, ich habe sogar eine Stat-Track. Oh Gott, so ein Schrott. Behälter öffnen. Ein U-M-P-Stat-Track, der wollte, jetzt habe ich die ordentlichen Stat-Track. Brauche ich sie nicht mehr kaufen. So, eine habe ich noch. Kann sogar noch eine öffnen. Und schon wieder eine Faxing-Autos, du Hure, Alter. Jetzt habe ich noch fünf, er kommt, einer geht noch. So. Jetzt kommt da was, jetzt kommt da die, die, die AK, die AK raus. Ach, Mann. Okay, äh, ich mache mal weiter mit dem hier. Okay, die Skins kenne ich alle gar nicht. Okay, das sieht scheiße aus. So, nächste. So, die Looker durchforstet gerade ein bisschen den Marktplatz. Eine M4A1 Bloodtiger. Das war ein Zustand. Das ist verpflichtend. Ja, ja, verpflichtend. So, nächstes. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und noch eine M4A1, ja, ist ja krass. Luka, ich habe gehört, du brauchst ein paar Skins. Warte auch. Dankeschön, sonst sind. Ja. Äh. Eine 5-7-Ks-Hund. Jawoll. Vielleicht. Da die, jetzt kann ich es nicht mehr zeigen. Die hier, das ist noch eine, die mir noch fehlt und zwar eine SG in StatTrak Also das wäre, Alter, würde ich die rauskriegen, Alter, würde ich an die Decke springen Höchstwahrscheinlich Oh, da war die, da war die P90 Was will ich mit so einem Drecks-Hive-Ding, Alter? Fick doch Dei Hure, Alter, ne, Dei Mutter, sorry Oh Gott Lukas sagt mir, warum ich überhaupt noch Cases öffne Äh, das weiß ich leider nicht, tippe leid Boah Ja klar, da rauschen, ja natürlich Sicherlich rauschen einfach alle Pingiskins durch Oh Gott Jaguar die gleiche nochmal Ein Autosniper Ist dein Ernst? Ich will keinen Autosniper. So viele blaue Skins ist ja krass. So, jetzt noch die ganz teuren. Okay, okay, okay. Bitte hoffen, bitte, bitte. Ja, komm, der Pink ist schon durch. Oh, bitte! Was ist los? Ich hab die AKK-Sagen. Ist ja geil. Glückwunsch. Minimal, minimal. Oh, da wird mich Danny hassen für... Oh, 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 oh. Okay, noch eins. Komm, bitte, bitte. Gott sei mit dir. Gott sei mit dir. Gott sei mit dir. Und? Und? Okay, Gott, ich hasse dich. Alla. Case Hunt. Voll geil. Komm, Luca, komm. Du zählst jetzt an. Komm, auf. Okay. Drei, zwei, eins, go. Okay. es wird sein welches ich spür es so an meinen Eiern ich spür es okay das hat leider nichts gebracht Schade die Waffe sieht geil aus Verrückten, Verrückten so jetzt muss ich kurz gucken was ich dir geb eigentlich alles was ich doppelt hab ja ich weiß meine Logik mal wieder also das kann ich rein die ganzen fucking Autosniper dann was denn noch die da die da was hab ich denn hier rein Fabrik, nein äh ups ich brauche noch 4 Waffen Scheiße die da äh die da die da und äh Mami weiß nicht die da so weiter jetzt machen wir die die macht von Gaben G so Vertrag absenden und dann war es auch war ein recht kleines Case Opening aber immerhin etwas jetzt mal gucken was rauskommt und eine Nova Craft naja auf jeden Fall das das hat es auf jeden Fall hier noch rausgehauen würde ich sagen die Case Harden mal gucken weiß nicht ob ihr das sehen könnt ja kann man lassen äh und dann würde ich einfach sagen sehen wir uns das nächste Mal und ja bis dahin tschüss 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 tschüss